Der Hitler war ja Schweizer. Praktisch. Die Öse sagen, nee, es war Deutsche. Das ist jetzt Bad Säckingen. Bad Säckingen ist schon Schweiz. Guck mal, da siehst du das Baumhaus. Da hat der Hitler zum ersten Mal vegan gekocht. Klar, man kann vegetarisch kochen, aber dann schmeckt es halt nicht. interesting werfen hier die ok hier wird